Das hier ist Brietlingen, da ist er Blitze eingebaut, ich glaube ja, Brietlingen. Bei Lüneburg, die Blitze haben wir ganz geschickt eingebaut, er hat mich aber nicht gekriegt. Brietlingen, heute ist der 23. September 2012, Brietlingen auf linksseitig, ruhige Zimmer, da steht er jetzt nochmal genau, Brietlinge, kann man dann lesen, nicht so schnell hier das Blitze, ganz geschickt eingebaut, hat sich ein bisschen Mühe gegeben. Ja, was ist neu hier, da gibt es eine Bäckerei und Döner dahinter, eine grüne Stube hier, oder Schutte, da ist ein Angelpunkt, Brietling, ein Angelladen, hier drei Frauen mit drei Koffern, die kommen von der Reite, Tankstelle haben sie auch, ein indigenes Restaurant noch. Wir wollen geradeaus, guck mal hier, was für Figuren noch, wir kommen auch geradeaus, das kann uns keiner dran hindern, nur die Technik, die Technik hält durch. Da hier noch ein Grieche, guck mal, da haben wir schon die ganzen Völker der Erde, mit ihren Restaurants. Das gibt es ja hier noch, Friseur, da ist die Griechen und die Türken, sich vertragen mit ihren Restaurants, das wundert mich, das ist für ganz schleierhaft. Das war jetzt Brietlingen und Tschüss.